Na gut, dann schauen wir mal kurz in unser Journal, was wir noch so zu erledigen haben. Also ja, Farad, das Journal und die Quelle von Farad's Leichen, die werden wir alle bei Farad finden. Womit wir auch nicht mehr allzu lange warten sollen, das haben wir schon eine ganze Weile aufgeschoben. Dann müssen wir noch Jilai finden für Kradok. Kradok war der Riese auf dem Marktplatz, den wir für Bären finden sollten. Und Übelwinds Fluch brechen. Aber dazu müssen wir in die oberen Bezirke. Und da wissen wir noch nicht, wo das ist. Also wir können uns nach den oberen Bezirken umsuchen oder Jilai finden. Jilai wäre in der schwelenden Leiche. Die ist doch gleich hier um die Ecke. Ja, dann machen wir das doch mal zuerst, wo wir schon mal hier sind. So, die war hier nämlich genau in der Mitte. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir nicht zu viele Schläger unterwegs treffen. War schon mal einer? Zwei, drei, vier, fünf, äh, sechs. Nee, nee, nee. Mit denen legen wir es mal nicht an. Das muss nicht unbedingt sein. Gut. Die respektieren wenigstens die Bar. Ach, so, das muss Ignos sein, von dem uns Übelwind erzählt hat. Der Magier, der so einen Hang zum Feuer hatte. Und jetzt ein Zugang zu der Feuerebene ist, was bestimmt ziemlich schmerzhaft sein müsste. Diese knisternde, lodernde Leiche dreht sich langsam über einem Eisenrost im Boden der Bar. Es mag einst ein Mensch gewesen sein, doch seine verkohlte Haut hat ihn bis zur Unerkenntlichkeit entstellt. Die Flammen umschlingen seinen Körper wie einen Kranz und verbrennen die letzten noch erhaltenen Fleischfetzen, die daraufhin in Blasen schmelzen und wie Wachs am Skelett des Wesens herunterrinnen. Hm, schauen wir uns die Leiche mal genauer an. Die Hitze, die dieses Wesen umgibt, ist unglaublich. Zu deiner Überraschung ist der Eisenrost, über dem das Wesen schwebt, von der Hitze schon ganz verbogen. Zuerst dachtest du, die Hitze käme aus dem Eisenrost. Doch jetzt bemerkst du, dass sie von dem Wesen selbst ausgeht. Du siehst, wie sich auf seinem Körper Asche bildet, die langsam zur Decke emporsteigt. Sei gegrüßt. Das Ding antwortet nicht. Es windet sich langsam in den Flammen. Es lebt, aber seine ganze Wahrnehmung scheint auf das Feuer konzentriert. Seine Haut ist eine Flamme. Sein Herz ist eine Flamme. Und irgendeine entfernte Windung seines Gehirns sagt dir, dass dieses Wesen gefährlich ist. Oh, deines Gehirns. Ja. Hm. Okay, es ist gefährlich, aber es bewegt sich nicht. Lass uns in meine Ruhe. Was ist mit dir? Du stehst dir so nah an ihm dran. Diese Frau hat blaue Flecken im Gesicht und auf den Armen, die gerade am Abheilen sind. Ihre eingefallenen Augen sprechen von verzweifelter Sehnsucht. Sie mag einst sehr schön gewesen sein, doch das ist lange her. Sie dreht sich langsam zu dir um. Ihre Gesichtszüge werden mit Leben erfüllt. Und das boshafte Funkeln in den Augen gibt dir das Gefühl, dass dein erster Eindruck von ihr dich vielleicht getäuscht hat. Willkommen mit einer schwelenden Leiche nah am Gesicht. Wer bist du? Ich? Ich bin Drusilla und du musst völlig planlos sein. Frag mich nicht, wie ich darauf komme. Man sieht es dir einfach an. Ja, ein wenig planlos sind wir ja. Wir torkeln durch die Gegend und versuchen mehr über uns herauszubekommen. So, so, das sieht man also. Beantworte mir dann mal ein paar Fragen. Wir können jetzt noch über unser Journal fragen, über Farid. Aber das Journal wird sie nicht wissen, was das ist. Das ist ja einfach nur ein Buch von uns. Warum sollte irgendjemand was darüber wissen? Farid ist schon eine andere Sache. Aber wir wissen ja eigentlich, wo Farid schon ist. Also können wir uns das auch sparen. Das heißt, wir können noch über die Bar hier was fragen und über die Leiche. Oder das Wesen, besser gesagt, das da brennt. Wer brennt denn da vorne beim Eingang? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Der Schatten der Verzweiflung, die du bereits zuvor nie bemerkt hast, huscht wieder über ihr Gesicht, bevor sie sich fängt. Das ist Ignus, einer der größten Zauberer, die dieses Drecksloch je hervorgebracht hat. Sie haben ihn gefangen und durch ihn hindurch einen Kanal zur Feuerebene geöffnet. Jetzt ist es sozusagen eine Durchgangsstation dafür und hält sich durch pure Willenskraft am Leben. Wenn jemand seine Flammen löschen würde, könnte er wieder leben. Aber so viel Wasser gibt es gar nicht. Ja, wenn eine direkte Verbindung zu der Ebene des Feuers ist, dann wahrscheinlich nicht. Und was hast du mit ihm zu tun? In ihrer Stimme schwingt tiefes Leid mit. Ich war Ignus' Geliebte und er war mein Liebster. Er liebte die Flammen mehr als mich. Und jetzt ist er das Feuer selbst. Und weil ich ihn liebe, liebe ich die Flammen. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich warte darauf, dass er sich selbst löscht. Einzweilen verkaufe ich das Wenige, das ich habe, um bei ihm sein zu können. Oh, das ist ja wirklich keine sehr schöne Geschichte. Fragen wir sie noch mal kurz über die Bar und dann lassen wir sie auch in Ruhe. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Das ist die schwelende Leiche, obwohl der Schwelende noch gar nicht tot ist. Er versucht sich am Leben zu halten, bis jemand kommt, ihn zu retten. Hier treffen sich Fuzzler, die Freude am Leid anderer Leute haben oder Scheusale. Und es kommen Leute, die sich nichts aus schlechter Gesellschaft machen. Die meisten Dussel bleiben der Bar hingegen allein wegen ihres Namens fern. Ähm, warum sollte man sich einer Bar nur wegen dem Namen fernhalten? Hm, gute Name dafür. Lebt wohl. Und wir schauen uns hier in Ruhe weiter um. Scheinen ja eine Menge interessante Gäste hier zu sein, die alle bewaffnet sind. Also er hier in der schweren Rüstung mit der Axt. Er hat ein Schwert in der Hand und einen Stab auf dem Rücken. Er hat einen Streitkolben. Äh, hier ein Messer? Hm. Na gut, sprechen wir zuallererst mal mit dem Barkeeper. Die kennen sich ja meistens aus. Du siehst einen Mann mit lederner Haut, dessen Gesicht ganz leicht aschfarbig ist. Seine Zähne scheinen besonders scharf zu sein. Und aus seinen Augen blickt dich die Langeweile an, die einen befällt, der zu viel gesehen hat. Er spricht näselnd und abgehackt. Du schon wieder was? Was willst du denn jetzt? Oh, er scheint uns zu kennen? Du schon wieder? Was soll das heißen? Jawohl, du schon wieder? Bist du jetzt etwa taub geworden? Du warst schon mal hier, vor ungefähr 15 Jahren. Bist ziemlich ausgerastet und hast hier alles kurz und klein geschlagen. Du hast ein paar Münzen dagelassen, um für den Schaden aufzukommen, aber sie reichten nicht. Da hast du dir deinen eigenen verdammten Augapfel rausgerissen und angekündigt, ihn zurückzufordern, sobald du 200 Münzen beisammen hast. Mit 15 Jahren Zinsen macht das jetzt ca. 500 Münzen. Entweder du zahlst, Kumpel, oder ich behalte dein Auge. Äh, was für ein Auge haben wir denn jetzt drin, wenn ich unser eigenes? So viel habe ich nicht. Dann kriegst du auch dein Auge nicht wieder. Das verstehst du doch. Komm wieder, wenn du den Klimper beisammen hast. Äh, das ist jetzt skurril. Aber wirklich viel fehlt uns da ja nicht. Das merken wir uns auf jeden Fall. Also schön. Dann beantworten wir noch ein paar andere Fragen. Wir suchen ja eigentlich zuallererst diesen Gilei. Also fragen wir nach den Gästen, die hier sind. Ich mische mich gewöhnlich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute ein, die ihren hartverdienten Klimper bei mir ausgeben. Es sei denn, sie bitten mich darum. Also, da drüben, das ist Kandrian, ein Ebenenreisender. Er ist der Richtige, wenn es ums bereisende Ebenen geht, denn er ist schon fast überall gewesen. Da unten siehst du Eb Knarkni, einen alten Knochenbrecher des Harmoniums. Aber nimm ihm das nicht übel. Und Schlepper. Er hat ein gutes Herz und kennt Siegel in- und auswendig. Die Scheusal da drüben sind Esgrill und Teegaren. Aber ich rate dir, dich nicht mit ihnen einzulassen. Sie mögen zwar ganz unten in der Hierarchie der Scheusal stehen, doch Scheusal bleibt Scheusal. Da drüben haben wir dann Ilquix, dem nicht zu trauen ist. Und ein paar Gnadentöter, die nach irgendeinem armen Schlucke Ausschau halten. Dacon, der Gizreide dort, ist mir ein Rätsel. Über ihn weiß ich nicht viel und er sagt auch nicht viel. Und du? Willst du dir nicht ein bisschen Fusel verdienen? Äh, Fusel nicht unbedingt, aber Klimper. Ja? Siehst du die Frau im Schatten da hinten an der Wand? Sie versucht schon die ganze Zeit den Mut aufzubringen, abzuhauen und die Zechel zu prellen. Ich möchte, dass du sie davon abhältst. Wenn du es schaffst, kriegst du dein ganzes Leben lang gratis Fusel. Hm. Hm. Na, wir brauchen eigentlich nicht wirklich Alkohol, aber wir können es mal wieder probieren. Und vielleicht kommen wir dadurch bei dem Barkeeper ein bisschen besser an und er erzählt uns noch ein, zwei Geheimnisse über die Gäste hier. Also, ich werde mich darum kümmern. Ich sage dir Bescheid, wenn ich fertig bin. Und über Gilei konnte er uns nichts sagen, das heißt, wir werden uns einfach selber umsehen müssen. Aber irgendwo sollte hier eine Frau an der Wand stehen und die Zeche prellen wollen? Na, der schauen wir mal zuerst. Ich bin weg. Meinte die hier hinten? Barkis meint, dass jemand die Kneipenrechnung nicht zahlen will. Das Opfer heißt Mokai. Hm. Hier war doch eben gerade... Schon gut. Ah, da. Du siehst eine Gestalt, die wie eine Staubmenschenfrau gekleidet ist und in der rechten Hand ein halbvolles Glas hält. Als du ihr näher kommst, ruft sie dir zu. Hey, du, komm mal her. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Deine Erfahrung mit den Staubmenschen sagt dir, dass diese Gestalt zu lebhaft ist, um wirklich ein Mitglied dieses Bundes sein zu können. Auch wenn wir schon einige recht skurrile Staubmenschen gefunden haben. Aber schauen wir mal. Hey, Schleifer, willst du mir nicht einen ausgeben? Ähm, ja, sie hat wohl wirklich kein Geld für die Zeche. Du bist nicht wirklich ein Staubmensch, oder? Sie blickt nervös um sich und macht plötzlich einen völlig nüchternen Eindruck. Wie, äh, wie meinst du das? Weil du dich nicht wie ein Staubi benimmst und keine Verträge anbietest. Und dann nimmst du Geld an, anstatt es auszugeben für die Leichenarbeit, die du in der Leichenhalle tust. Sie schreit entsetzt auf und erklärt hastig, nein, 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 natürlich nicht. Ich bin gar kein Staubmensch. Ich habe diese Robe auf der Straße gefunden und konnte mir nichts Vernünftiges zum Anziehen leisten. Und ich, äh, habe gehört, dass sich ein Staubmenschen die Brumm treibt. Aber den findest du wahrscheinlich irgendwo im südwestlichen Teil des Stocks. Ich habe ihn gesehen, mich aber vor ihm versteckt. Bitte tu mir nicht weh. Warum erzählt sie uns von einem Staubmenschendieb? Hm. Ich hab's nicht vor. Du solltest aber wissen, dass du nicht sehr überzeugend wirkst. Jetzt beantworte mir ein paar Fragen. Erzähl mir was über die Gäste hier. Vielleicht weiß sie ja noch irgendwas, was der Barkeeper nicht weiß. Was soll ich sagen? Das sind einfach irgendwelche Leute. Ich mach mir nicht viel aus anderen Leuten. Außer wenn sie mir einen ausgeben. Sieht dich erwartungsvoll an. Ähm, nein, dir geben wir kein Geld. Sei mal für direkt und sagen, was wir wollen. Barkis meint, es wäre Zeit, dass du deine Zeche zahlst. Also Zahl. Sie beginnt zu zucken. Und ihre Nervosität verwandelt sich in purer Angst. Was hast du vor? Ich bitte dich, deine Zeche zu bezahlen. Und zwar jetzt. Äh, ich hab nicht genug. Und wenn du mir nur 10% leihst? Wenn ich sie ihm gebe, weiß er, dass ich den Rest zahle. Das glaube ich nicht. Ich bin noch kein Wohlfahrtsverein. Hast du keine andere Idee, wie du bezahlen könntest? Eine andere Möglichkeit zu bezahlen? Ha, sie lächelt traurig. Du, äh, könntest mich zum Beispiel umbringen? Ähm, dadurch haben wir auch keinen Klimper. Das ist ja so. Wie lange müssen wir ihn suchen? Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020